So, Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Crisis der Alien-Inversion schlechthin. Das heißt schlechthin, es ist grandios, es ist grad... Action ohne Ende. Hier. Ja, ich hab doch gewusst, ich hab ne Granate geworfen. Ne, da lang. Ich gebe hier die Befehle. Niemand verlässt und macht die Tür auf! Moment! Selbst schütt, du Neger. Moment! Sie müssen diese Menschen retten! Gehen Sie raus am Deck! Los! Blum weg! Nebst du noch? Mehr oder weniger. Der Admiral hat's nicht geschafft. Wo seid ihr? Wir Terrenor haben seinen Krecht, Starter! Der Träger wird überrannt! Die Besatzung ist tot oder am Wasser! Allt durch! Nein, lass mich rein! Lass mich rein! Lass mich rein! Oh, oh. Okay. Okay. Mit der Minigun in your face! Du musst es umlegen, Nomad! Wieso war mir klar, dass du das sagst? Ich geh erstmal... Ah! Oh. Ha! Raumschiff! Verdammter Mist! Raumschiff? Raumschiff! Halt sie durch, Nomad! Ich versuche, es zu schwächen! Bleiben Sie in seiner Nähe! Es scheint zu funktionieren! Wo bleibt die unterstürzung? Ah! 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 Wo bin ich? Hä? Wo bin ich? Bleiben Sie in seiner Nähe! Es scheint zu funktionieren! Ah! Heiß! Ah! 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 Ticko! Ah! Verdammt. 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 Kalt. Komm schon. Jackpot. Deckung. Boah. Da sind sie ja. Geh weg. Geh weg. Äh. 50 Träger. Hilfe. Oh mein Gott. Verdammt. Ach echt? Da oben. Da oben. Okay. Okay. Wir werden beschossen. Ich komme nicht an das Ding ran. Moment. Zerstören Sie die Geschütze, damit wir näher rankommen. Ja, ich bin doch schon dabei, ihr Huren-Söhne. Mh. Haben wir noch Raketenwerfer? Mh. Ja, nicht so, ne? Zerstören Sie die Geschütze, Nomad. Das Ding versenkt sonst das Schiff. Bin schon dabei. Kacke. Okay. Ich habe doch nur die Minigun. Ich komme an die Geschütze gar nicht. Ihr seid Witzbolde. Wir bestören die Geschütze, Nomad. Das Ding versenkt sonst das Schiff. Halt's Maul. Nommade. Witz, Nomad. Zerstören Sie die Geschütze, damit wir näher rankommen. Geschütz 1 Geschütz 2 Ist das ein Geschütz? Geschütz 3 Ja, das ist eins Äh Warten Sie, ich glaube es funktioniert Die Scheiße, die sind überall Norbert, halten Sie uns vom Holz Ja, natürlich Pro Gaming Och nö, ganz so ein Shit normal Leck mich doch Ich glaube die Schrote ist jetzt hier Äh, da lang So, im Hintergrund taucht jetzt das Vieh auf So Ja, großer Meister Jetzt sieht das Vieh schon aus, ne? So Wow, verdammt Die schießen mit schweren Geschützen Echt jetzt? Nomad, erledige die Geschütze Da muss ein Schild sein Wir müssen der Anzeige holen Nomad, ich sende jetzt ein Signal für Ihren Anzug Mach das Ja, halt doch die Fresse hier Sie spinnen doch schon dabei, Mann Das regt auf mich an solchen Spielen, ey Was die Tausendmal sagen, man soll das und das machen Nachladen Okay, Zyko, bringen Sie uns möglichst nahe ran Ich hoffe mal, Sie wissen, was Sie da tun Ha, ich auch Okay, so bleiben Nomad, warten Sie Warten Sie, ich glaube es funktioniert Scheiße, Sie sind überall Nomad, halten Sie uns vom Holz Bin dabei Wo? Och, nee Ey, das fuckt so ab Ich hasse das Wenn tausende von Gegnern kommen Und die Waffen spielen nicht mit Es ist ekelhaft Das ist, ah So, wo liegt die scheiß Gasus? Da Lasst mich hier Bringt euch in Sicherheit Los Vergiss es, Kumpel Wir fliegen nicht ohne sie Dreht ab, ich kann dieses Ding töten Nicht ohne meine Hilfe Seid ihr verrückt? Dreht ab Wow, verdammt, ich schieße mit schweren Geschützen Nomad, erledige die Geschütze Da muss ein Schild sein Wir müssen näher ran, Psycho Nomad, ich sende jetzt ein Signal über Ihren Anzug Wir werden beschossen Ich komme nicht an das Ding ran Nomad, zerstören Sie die Geschütze Damit wir näher rankommen Bin dabei Ich bestöne die Geschütze, Nomad Das Ding versenkt sonst das Schiff Okay, Psycho Bringen Sie uns möglichst nah ran Ich hoffe mal, Sie wissen, was Sie da tun Ha, ich auch Okay, so bleiben Nomad, warten Sie Warten Sie, ich glaube, es funktioniert Scheiße, Sie sind überall Nomad, teilen Sie uns vom Hals Oh Mann, ey Das ist doch zum Ficken Was soll die Scheiße denn Man sieht ihn nicht Man sieht die anderen nicht Man sieht nichts Also, ich denke mal Das ist der Endkampf Der ist echt scheiße Sag ich ganz ehrlich Und ich bin einfach zu blöd Und das glaube ich nicht So, Moment Ich schieße die Minigun mal kurz leer Wir fliegen nicht ohne Sie Dreht ab, ich kann dieses Ding töten Nicht ohne meine Hilfe Seid ihr verrückt? Dreht ab So Oh, toll Oh, toll Ich hoffe mal, Sie wissen, was Sie da tun Ha, ich auch Okay, so bleiben Nomad, warten Sie Warten Sie Ich glaube, es funktioniert Scheiße, Sie sind überall Nomad, halt Sie uns vom Hals Ich sehe nichts Tech-Kanone Tech-Kanone Ich dachte schon, du fragst, nee Scheiße Scheiße Oh, Alter Was Ey, ich gehe gleich an die Decke Ich gehe gleich an die Decke Ich sage es einfach Ich gehe gleich an die Decke So ein Drecksack So ein Drecksack Ich bin gerade so genervt Es gibt doch kein gutes Versteck Irgendwo Irgendwo Zerstören Sie die Geschütze Zerstören Sie die Geschütze, damit wir näher ran kommen Bin dabei Das Ding versinkt, sonst das Schiff Schiff hin oder her Ist mir scheißegal gerade Das ist definitiv der Endkampf, aber der ist so scheiß einfach So kommt Ich hoffe mal, Sie wissen, was Sie da tun Ha, ich hoffe Okay, so bleiben Nomad, warten Sie Warten Sie Ich glaube, es funktioniert Die sind überall Nomad, halten Sie uns vom Reiz So Was soll das? Was soll das? Was soll das? Was soll das? Das ist richtig scheiße, einfach nur. Komm, ein Mal probieren wir es noch. Ja, 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 ja. So abgenervt gerade, ey. Wow, verdammt! Die schießen mit schweren Geschützen! Nomad, erledige die Geschütze! Da muss ein Schild sein. Wir müssen hier anzeigen. Nomad, ich sende jetzt ein Signal für Ihren Anzug. Wir werden beschossen. Ich komme nicht an das Ding ran! Ich glaube, ich müsste mal öfters mit diesem Anzug benutzen. Zerstöre die Geschütze, Nomad! Das Ding versenkt, sonst das Schiff! Will ich die Gasus nicht auch immer benutzen? Die T-Kanone. Nomad, zerstören Sie die Geschütze, damit wir näher herankommen! Hey, da ist noch ein Geschütz! Wo kommt das denn her? So, und jetzt mache ich folgendes. Ich verkrieche mich hier hinten. Okay, so bleiben! Nomad, warten Sie! Warten Sie! Ich glaube, es funktioniert! Die Scheiße, die sind überall! Nomad, halte uns vom Alz! So. Ich hab's! Der Schild ist aus! Benutz die Tank-Kanone! Mach das Ding fertig! Okay, was passiert jetzt? Ich dachte schon, du fragst nie! So. Großrad, ein Problem weniger! So. Okay, ich arbeite an Problem Nummer zwei! Sind noch mehr! Gib uns Deckung, Nomad! Schild Nummer zwei ist aus! Du Vorwärtshalter! Zerstören das Geschütz! Und stehe mit der Tank-Kanone! Alles klar! Gut gemacht! So. Oh, verdammt! Festhalten! Oh, verdammt! Als wenn das nicht schon genug wäre. Oh, was denn verlenkt uns! Mach es fertig! Ja, viel fast auf in die Luft! Stirb, du dreckiges Mistvieh! Stirb! 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 Schiff, Schiff, Schiff! Auf, Digga! Na los! Schnell! Spring! Spring! Los! Los! Na los! Sie schaffen es! Meine Frisse! Wir haben es geschafft! Festhalten! Wir haben es geschafft, Schiff, 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 Oh nein! Oh Moment, halt mich! Zieh mich rein! Was auch immer es war, ist es tot. Mausetot. Was auch immer es war, ist es tot. Aus Japan ist eine Flotte hierher unterwegs. Sie müsste in einer Stunde hier sein. Na dann gehe ich mal auf Kurs. Nein! Wir wissen, wie man sie knacken kann. Wir müssen weiter kämpfen. Von wem? Du wirst es nicht glauben, Kumpel. Von Prophet! Er lebt! Er lebt? Und er scheint kurz munter zu sein. Ordere seine Position! Wir kehren um! Oh Gott! 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 Wich fett! Wir haben es geschafft! Endlich! Oh meine... Oh fuck! Endlich haben wir es geschafft! So weit war das Spiel ja ganz geil. Bis auf den Endkampf ey. Also der Endkampf der... Der... Neee. Das sage ich nicht mehr zu. Gut. Ich will euch jetzt nicht mit den Credits langweilen. Weil die Folge geht auch jetzt schon eine halbe Stunde. Nach den ganzen Fails. Entschuldigung. Aber ey, jetzt zum Ende. Ich hatte so schlechte Laune. Ich hatte richtig schlechte Laune. Aber ihr habt es ja selbst gesehen, wie scheiße das war. Und gut. Wir sehen uns dann in dem... Ja, in der nächsten Folge. Quatsch. Im nächsten Video. Beziehungsweise... Sehen wir uns morgen Abend. Bei Second Son. Infamous Second Son. Wer das gute Stück kennt. Auf der Playstation 4. Und nebenbei läuft Neck. Ich komme in ungefähr zwei Wochen aus dem Urlaub zurück. Oder... Ja, doch. In der Woche komme ich ungefähr zurück. Dann geht alles wieder seinen gewohnten Gang. Und jedenfalls. Ich wünsche euch viel Spaß noch am heutigen Abend. Und ich hoffe, du hast dich genauso mit mir bei dem Spiel aufgeregt wie ich. Beziehungsweise hast du das beide gelernt. Du hast dich ein bisschen Zeit gesčassadors gemacht. Du bist nicht schlecht bei dem Spiel aufgeregt wie graffiti damit abgestnd. Untertitelung des ZDF, 2020